Hier wird nicht scharf geschossen, hier wird gelasert, hier wird Tradition gepflegt und hier wird gute Jugendarbeit geleistet. Hier ist ein gutes Stück Heimat und hier ist die Sparkasse Koblenz auch aktiv. Die Schützenbruderschaft Niederwert 1859 legt besonderen Wert auf gute Jugendarbeit. Deshalb ist man jetzt im Vorstand froh, eine Laseranlage zu haben. Möglich durch die Unterstützung der Sparkasse Koblenz. Gemeinsam nimmt man die moderne Anlage in Augenschein. Da wir gerade in die Zukunft geplant haben und auch die Jüngeren jetzt mit einbeziehen wollten, brauchen wir diese neue Anlage, um gerade auch die Altersklasse 6 bis 11 Jahre mit dem Skisport vertraut zu machen. Und das hat sich eigentlich auch jetzt doch sehr bewährt. Zusammenhalt wird groß geschrieben. Einmal in der Woche treffen sich hier die Kleinen, um zu trainieren. Der Skisport hat sich emanzipiert. Konzentration natürlich. Man muss auch natürlich, wenn jetzt hier zum Beispiel beim Bambini schießen, ist ja viel Geräuschpegel, viel Lautstärke. Damit muss man natürlich auch umgehen können. Aber es kann auch sein, dass es mal total still ist. Es ist auch eine komplett andere Situation. Da muss man schon dann erst mal mit umgehen können. Diese tolle Jugendarbeit ist ein Teil der Philosophie des Vereins und wird aktiv von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Wir richten jedes Jahr das größte Fest auf der Insel aus. Das ist mit Abstand das größte Volksfest. Wir haben am letzten Juliwoche in der Regel ca. 2000 Besucher. Das ist ein traditionelles Fest, ein altes Fest. So wird Tradition modern gelebt. Wir begeistern uns auch durch die Arbeit, die hier geleistet wird. Und wir sehen es ja auch, wir haben die Kontakte zu den Eltern, zu den Kindern. Hier ist ein Zusammenhalt noch. Die Sparkasse Koblenz unterstützt viele Vereine in der Region und ist deswegen auch ein gutes Stück Heimat. Zwölf Jahre bis jetzt nicht.